Liebe Ehrenkästen, liebe Sportler und Sportlerinnen, wir freuen uns sehr, dass wir heute eine kleine Einrad-Vorführung zur Eröffnung bringen dürfen. Wir sind sehr stolz, die Eröffnung zu eröffnen. Ihr werdet definitiv eine fantastische Unified-Show sehen. Sie sehen eine Polonaise. Danach einige Tricks und am Schluss wird auch noch am Einrad-Eröffnungswalzer getanzt. Alles auf Einrad! Es beginnt mit einer großen Polonaise. Es beginnt mit einer großen Polonaise, folgt mit einem Tire-Work von großen Tricks. Und im Endeffekt gibt es eine unglaubliche Unicycling-Wall. Alle Unicycling-Wall sind auf einem sehr, sehr hohen Level. Also, falls jemand einen guten Plan absteigert wird, die Paräologie ist ja ziemlich schwer. Wir hatten wenig Zeit, sie einzustudieren. Ich bin jedenfalls sehr Herr Hobs und ich leite der Einrad-Gruppe. Aber die Choreografie hat Simone Hobs einstellt. Gerhard Hobs ist unser Regierer der Union Unicycle-Gruppe. Aber das Show wurde von seiner wunderbaren Daughter Simone gegründet. So, jetzt bitte einmal ein kleines Schmerz. Wie können Sie über den Kiefer denn absperren werden? Haben Sie A8 oder 10 der Damen? Wir möchten zusammenstellen, Sie beachten die Unfälle zu vermeiden. Bitte und beachten. Aber dann wünsche ich dir viel Spaß. Just a little wish, keep a distance to the writers. And now enjoy this absolutely fantastic show. Ach, da geht's mir noch ein Witz ein. Den habt ihr wahrscheinlich nie gehört. Das hat mir letztens einer erzählt. Sagt mir, was ist denn zum Endertfahrer? Hey Endert, wo hast du denn das Rad gelassen? Was ist denn das Rad? Was ist denn das Rad? das Rad? Was ist denn das Rad? Das Rad? Herr. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.